Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video und ich möchte euch darauf hinweisen, dass auf der Nintendo Switch im Nintendo eShop momentan Angebote sind, wo man bis zu 63% Rabatt bekommt. Eine Auflistung seht ihr hier auch gerade auf dem Bildschirm. Da gibt es unter anderem Mario Kart 8 Deluxe für 39,99 oder auch Splatoon 2 für 39,99 oder auch das momentan noch aktuelle FIFA 18 für 14,79. Alles weitere seht ihr hier. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video hier informieren und das war es auch schon. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich bin raus. Ciao, tschüss, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.